Ach, komm schon. Na ja, mal gucken. Auf jeden Fall stimmt der Rest dann wieder. Ei, 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 ist das ein Zeug. Ein Zeug. So, bis dahin stimmt das. Das würde bedeuten... Es wird schon wieder Nacht. Das ist doch unglaublich. Ich laufe nur zum Hausen wieder zurück. Kommt's mir vor. Okay. Wir kriegen das noch hin. Irgendwann. So, ich habe ja einen Schluck getrunken. Lalalala. Lalalalala. Lalalalala. So. Jetzt muss ich überlegen. Wenn ich jetzt... Moment. Es geht hier doch noch weiter, ne? Es geht... Es müsste doch aufgehen. Wenn ich jetzt hier... da... Ja... Kommt... Die Kurve. Das wird eh nicht gehen. Alter, jetzt habe ich ihn da noch falsch gedrückt. Oh, Mann. Jetzt also in dieser Session... In der letzten Session von heute... Ist irgendwie der Wurm drin. Fehlt nur noch, dass irgendein Creeper oder sowas kommt. Hm. Lalalalala. Ihr hättet es wahrscheinlich schon längst gebaut. Jetzt muss ich aber überlegen. Werde ich jetzt hier wieder... Ne? So süß. Ich mache jetzt erstmal das hier. So. Und wenn das stimmt... Und wenn das stimmt... Müsste ja hier... Super. Müsste ja hier... Alter, was mache ich? Ach so. Die Seite ist noch nicht korrigiert, oder? Ich bin gerade so verwirrt. Was ist denn los? So müsste das hier hin, ne? Oder? Oh, das gibt's doch nicht. Na klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Wer hat's bloß diese Idee gehabt, so was zu machen? So. Stimmt das jetzt, oder nicht? Es müsste stimmen, oder? Ja, und am Schluss kommt dann noch... Ja, jetzt, 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 jetzt kommt's gut. Jetzt kommt's gut. Jetzt muss ich nur noch gucken, was hier das Problem ist. Einerseits natürlich der hier. So. Denn jetzt kommt hier einer so. Nein, nicht verbinden. Einerseits. so ja fall doch runter fall doch runter mich kann heute nichts mehr schocken So, dann hier noch. So. Und jetzt möchte ich einen Jubelschrei hören von euch. Endlich hat er es gekauft. Dieser Vollidiot. Alter, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, du Heilige. Jetzt fällt mir ein, ich muss vielleicht hier noch einen Weg lassen. Es kommt ja noch was Schlimmes. Alter, ich bin fix und fertig. Ich bin fertig. So, dann gucken wir mal. Ich werde ruhiger. Ich bin immer noch fix und fertig davon, wie ich mich jetzt gerade konzentrieren musste und wie ich es erst hundertmal verkackt habe. Und ihr arme, armen Leute müsst das hier die ganze Zeit gucken, ne? Ihr tut mir so leid. Wahrscheinlich hättet ihr es viel schneller gehabt, ne? Ich glaube, das wird nicht mehr so eine lange Aufnahme-Session, diese letzte. Weil ich bin nicht, ich bin echt fertig, wie man ja bemerkt hat, gerade. Ach komm, den haue ich auch noch weg. Wo haben wir denn da? Und es wird wieder Nacht. Können wir denn noch Zäune machen? Wo sind denn all unsere Stickys hin? Ach, da haben wir ja noch welche. So, dann machen wir das hier so, so, so und so. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Na, wir gehen erstmal schlafen wieder mal. Ja, das ist auch ein Zeichen, dass ich fertig bin, ich trinke mal wieder was. So, dann gucken wir mal, wie weit wir mit diesem Zäune noch kommen, ne? Ich bin mir da nicht so sicher, dass das reicht. Aber wir werden es herausfinden. Ansonsten hätten wir ja wieder neue Bäume da, die barbereit sind. So, lalalalala. Das müsste da sein, ne? Ja. Aber hier geht bestimmt auch noch irgendwas schief. Ich spüre das. Es muss doch jetzt einfach noch irgendwas passieren. Aber stellt euch mal vor, auf dem Dach wird ein Creeper spawnen und irgendwie aus ominösen Gründen explodieren. Ich wäre... Achso, wir brauchen noch sehr viel Zaun, glaube ich. Nein! Achso, das wäre sowieso falsch hier. Okay, wir müssen definitiv noch Baum fällen. Das ist jetzt ganz klar. Ei, 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 war das jetzt eine Geburt. Ich bin wirklich fertig. So. Dann gehen wir mal noch Bäume fällen. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter, was da wieder für ein Baum gewachsen ist. Ja, okay. Da unten lasse ich ihn. Aber... Das ist schon krass. Mir fällt auf, die Bäume wachsen teilweise einfach, wie sie wollen. Früher war das nicht so. Früher sind die nur so gewachsen, wenn irgendwie mehrere Bäume am selben Ort waren. Und die dann irgendwie sich miteinander verbunden haben. Aber inzwischen... Scheint das echt so zu sein, dass die einfach so darauf hinwachsen. Wie sie wollen. So. Lalalalala. Und runter geht's. Alter, ich bin so fertig. Was ist denn los? Ich glaube... Ich glaube, das darf nicht zur Gewohnheit werden, so viel am Stück oder besser gesagt an einem Tag aufzunehmen. Ich glaube, dass... Dafür bin ich nicht geschaffen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt wirklich in der letzten Zeit auch ein bisschen wenig Schlaf hatte. Das wird sicher auch ein Grund sein. Naja. Lalalalala. So. Wird das reichen. Ja, ich hoffe es mal. Ich bin jetzt mal guter Dinge. Und glaube an das Gute. Da wollte ich nicht hin, sondern hier. Ich bin gerade abgelenkt worden, weil das Handy geleuchtet hat. Ob das reichen wird? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So. Hier fehlt noch. Und jetzt kommen noch diese Übergänge, ne? Wie habe ich denn die... Habe ich die einfach so verbunden? Oder habe ich oben auch noch? Ne, einfach so, ne? Okay. So. Es könnte reichen. Äh, ist das wirklich gegenüber? Ja, ich glaube schon, ne? Ist es. Ist es. Im Prinzip müsste jetzt hier noch rüber, ne? Ich mach das mal so. Klatsch da noch die Erde weg. Weil es immer kacke aussieht, wenn sie sich das so verbindet, ne? Weil es immer kacke aussieht, wenn sie sich das so verbindet, ne? Ich kann ja hier das noch weg machen. Ich kann ja hier das noch weg machen. Und hier... So, so. Ja, ich glaube so kann man es erst mal lassen. Ich mach aber hier noch... Holzboden rein. Einfach damit alles gleich aussieht. Alter! Wir haben es geschafft! Ich bin fix und fertig. So, jetzt will ich mal angucken, wie das von oben aussieht. Habe ich mich nämlich jetzt gar nicht geachtet, wie das von hier oben aussieht. Ja, das kann man doch so... Das Türme kann man so lassen, finde ich, oder? Was meinen die ja? Ne? Zum Glück geht es nicht in die andere Richtung. Sonst könnte man es noch verwechseln mit was Symbolischem. Oder so könnte es auch ein Stuhl sein. Alter, ich bin echt geplättet gerade. Ich überlege gerade, ob ich hier diese Session beenden soll. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier weitermache und irgendwie wirklich... Wirklich, wirklich kaputt bin. Und ich finde, wir haben ja hier ein relativ hohes Ziel erreicht. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich werde jetzt hier... Nicht ich werde, ich tue es. Ich beende hier diese Aufnahme-Session. Das heißt, ich habe jetzt heute 5 Stunden aufgenommen. Alter Falter. 4 Stunden vorher, jetzt noch eine Stunde. Ich glaube, das reicht. Klar, ich hatte noch zwischendurch mal kurz, ganz kurze Pausen. Aber die haben, das habe ich jetzt echt fertig gemacht. Ich kann nicht mehr. Das ist, äh... Das war zu viel jetzt, glaube ich. Aber das habe ich für euch getan. Wieder mal, ne? Und für mich auch ein bisschen, ne? Ja, ich, äh... Ich hoffe, dass übermorgen ganz normal wieder eine Folge kommt. Wenn nicht, dann seid, äh... Es sei euch gesagt, ne? Es ist, weil meine Freundin immer noch zu Hause sein wird. Wenn es wirklich ausfallen sollte, dann ist es wirklich, weil sie noch zu Hause ist und ich nicht aufnehmen kann, wenn sie da ist, ne? Einfach, dass ihr Bescheid wisst, falls irgendwas ist. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Oder wann auch immer ihr dieses Video guckt, einen schönen Tag dann, ne? Und, äh, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe übermorgen. Bis dann und Tschüssi Kowski! Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.